Jeden Morgen, es ist noch ein bisschen Nacht, da steh ich auf. Nicht, weil ich das will, bleibt die Liebe noch im Bett, aber das ist auch kein Grund. Lege mich schnell an, ein Brötchen und ein Kaffee noch dazu und dann gehe ich los. Es wartet alle nur auf mich, ich gehe nicht in den Stall. Ich sage allen, hallo, guten Morgen, in der Radio. Ich nehme mir einen Stuhl, schnelle mir um und sitze neben die Kuh. Ich nehme mich dann in die Zitze, in meine Hände und massiere sie. Und sehe, wie die Milch ich überspritzt. Die Kuh, die ist froh. Und dann kommt die Frau, sie fragt mich, wie weit ich seid. Der Käser, der wartet schon auf die Wille. Ich sage jetzt, ich bin gerade vorbei. Und dann gebe ich das, die Meditation ist vorbei. Ich bin gerade wie eine Maschine aus Fleisch und Brot. Aber ich liebe diesen Brot. Vorsicht, 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 Vorsicht. Hör, Vorsicht, Vorsicht! ...traue ich nicht, noch so. Benny, schми, schми, schми! Benny, schми! Und die Kühe machten alle ganz gut. Und die Kinder, die sind zufrieden damit? Weil das ist wirklich jetzt Bio. Den Käse, Joghurt und auch den Schlagrad. Ich liebe es.